Musik Wir, das ist das Jugendsinfonie Chester Aargau und ich, wir sind an einem speziellen Ort zu Hause, am Künstlerhaus Baswil. Da treffen sich jedes Jahr zweimal 60 bis 70 Jugendliche aus der ganzen Region, um auf höchstem Niveau Musik zu machen und anschliessend auf ein Konzert und nicht zu gehen. Es ist tolle Musik, die man spielt, mit super Leuten. Es gibt mega feines Essen. Ja, es ist ein schöner Ort, es ist eine tolle Woche, die man miteinander verbringt. Das Isag ist nicht nur ein einzigartiges Jugendsinfonieorchester, sondern auch ein kultureller Leuchtturm, das weit über die Grenzen des Aargau herausstrahlt. Musik 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 Applaus Das ist mein neunter Mal, als ich hier bin. Und ich werde immer, immer wieder gehen, bis ich zu alt bin. Musik 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 Vielen Dank.